Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Gutschein-Code. Ja und schon wieder ist ein Unabhängigkeitstag zu feiern. Eigentlich eher für die Argentinier, aber für uns aus einem Gutschein-Code-Grund. Der Gutschein-Code lautet Argentina. Und was ihr dafür bekommt, ist dieses Argentinien-T-Shirt und obendrauf nochmal 100 Star-Coins. Das T-Shirt hat leider keine Werte, aber es ist doch ein ganz schönes Sommer-T-Shirt. Die Farben gefallen mir gut und natürlich die argentinischen Landesfarben. Und ich meine, die Star-Coins kann man immer gut gebrauchen. Also Argentina ist der Star-Coins-Code des Tages. Viel Spaß damit! Du möchtest wissen, wie man einen Gutschein-Code einlöst? Dann klick doch einfach links das Video an. Du hast einen Gutschein-Code verpasst oder möchtest einfach mal sehen, was es so alles gibt? Dann klick auf den Schriftzug Gutschein-Codes in der Mitte. Und rechts findest du meine Let's Plays zu Star Stable. Vielen Dank fürs Zuschauen!